So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss noch irgendwo einen Rückzug machen, so wie es ausschaut. Ah, ja. Okay. Gut. Das war halt doof, die Truppen weggeschmissen zu haben. Aber, wie ihr links oben nicht erkennen könnt, weil da vermutlich die Webcam ist, langsam kriege ich wieder Geld. Ich bin gerade bei minus 8000. Vorher war ich bei minus 18000. Also, geht schon. Geht schon. Geht schon. Das Overlay ist halt auch ein bisschen bescheiden. Ich kann da wirklich die Webcam nicht nögens hinpacken, irgendwie so richtig. Das ist egal, wo sie ist. Die Störung. Rechts oben, Phase-Band. Da stört sie wieder im Spiel irgendwie mit den... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist doof. So, der Gimli. Ich glaube... Und ich glaube, ich wirklich... Ähm... Ich hole mir erstmal hier ins Klamm. Erstmal alle Festungen irgendwie holen. Ich glaube, wenn ich das schaffe... Dann wird's besser. Genau. Hier noch die Festung zerstören. Also, der dann einfach nur durchs ganze Land zerstört alles. Hier, der Gläunt. Das kann der ganz gut. Der Prinz Brandt. Der nimmt die Festungen hier ein. Schaut, dass ich hier alles bekomme. Und... Der Rest muss defensiv irgendwie zu Hause stehen. Das wird nicht helfen. Weil ich muss jetzt wirklich hier schauen. Hier stehe ich defensiv ganz okay. Obwohl ich noch mehr Leute haben könnte. Das war's schon wieder mit den mehr Leuten. Aber so kann ich noch mal tauschen. Perfekt. Das sieht doch ganz gut aus. Ähm... Der könnte theoretisch aber auch da hin. Hä? Theoretisch? Ja, egal. Der steht jetzt da und gut ist. So. Das passt. Das passt. Das Geld will ich nämlich behalten. Der Gimli versucht nochmal jetzt hier anzugreifen. Hier ist nämlich grad nichts im Rotom passt. Das heißt, ich kann versuchen, Karok zu bekommen. Könnte vielleicht funktionieren. Und... Dol Guldur wird nicht einfach. Aber sehen wir dann schon. Und der Rest... Ich weiß nicht. Weil Dol Guldur ohne Held verteidigen wird schwierig. Vielleicht teilen sie sich auch auf. Na, vergiss es. Die gehen... Die gehen komplett rein. Ah, ich krieg das Land kampflos. Sehr schön. Äh, ich glaube als erstes holen wir uns Hems-Klamm. Ja. Das sollte nicht allzu schwierig werden. Hems-Klamm ist so eine Festung. Die ist einfach saumäßig stark. Du... Du hast halt drei... Du hast halt so viel Geld. Sie ist recht klein, aber... Sie hat auch keine Türme. Aber mit den drei Vorpasten, das gefällt mir. Und du kannst echt gut verteidigen. Zumindest gegen die KI. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie das ausschaut. Äh, mit... Mit Menschen. Weil die spielen ja anders, ne? Die werden ja nicht einfach nur... Einfach nur immer aufs Tor drauf rennen. Sondern versuchen vielleicht, den Wald zu durchbrechen. Wie im Film. Oder... Andere Dinge. Hm, weiß man ja nicht. Deswegen, naja. So. Da rein, da rein, da rein. Dann könnt ihr da reingehen und dann da rein. Die Frage ist natürlich, wo ist der Gegner? Ein Teil davon wird in der Festung sein. Das ist klar, ein anderer wird irgendwo hier vermutlich angekommen sein. Oder hier. Naja, mal schauen. Aber nichtsdestotrotz, ich baue jetzt einfach weiter schön Miene. Für Geld. Und dann können wir mal gucken. Vielleicht Truppen ausbilden. Toll gemacht. So. Ein Feind wurde vernichtet. Ich bin euer Hauptmann. Ich bin euer Hauptmann. So. Schaut doch ganz okay aus. Danke, dass er mir das Tor nochmal öffnet. Das ist sehr nett. I appreciate that. Ne, es ist echt nett von denen. Also das finde ich sehr zuvorkommend. Die dürfen das gerne machen. Wie schön das Törscher öffne. Wie blöd kann man sein. Aber es ist halt KI, ne? EA-KI. Alles was sie macht, ist cheaten. Und blöd sein. Ich meine, manchmal macht sie ganz interessante Dinge, wenn sie Mauern baut um die Festungen und so. Es geht. Aber ich finde es halt schade, wenn die KI nicht wirklich. Also, wenn ich jetzt die KI programmieren würde für ein, oder ich könnte das. Für ein Spiel. Klar, da muss es verschiedene Schwierigkeitsstufen geben. Aber auf der schwierigsten. Brutal. Ich würde nicht machen, dass die cheatet unbedingt. Das kann man immer noch machen. Dann brutal unscheaten zum Beispiel. Von mir aus. Aber ich würde halt machen, nach meinem, dass ich die KI so klug wie möglich mache. Wirklich. Dass sie Einheiten baut, um deine zu countern. Störangriffe macht. Einfach, einfach richtig, richtig nervig. Und überall die Fähigkeiten gescheit einsetzt. Und ja, nicht das Tor öffnet zum Beispiel. Und dann auch vielleicht verschiedene Strategien. Dass eine KI zum Beispiel ein bisschen turtelt. Also sich so einbunkert, eingräbt. Verteidigt viel mit Türmen. Und dann da stark ist. Das hat EA mit Command & Conquer 3 gemacht. Da gibt's das. Ähm. Ist nett. Aber so richtig verschieden agieren tun sie auch mehr. Und auch von Blizzard mit der KI bin ich ziemlich enttäuscht. Irgendwo. Also, ich hätte gerne KI, die so... Ich meine, theoretisch, sage ich jetzt. Ich stelle das jetzt mal so im Raum. Theoretisch kann eine künstliche Intelligenz, wenn sie wirklich gut programmiert ist, so stark sein, dass ein Mensch sie nicht besiegen kann. Einfach, weil sie schneller ist mit allem. Und du kannst ja machen, dass sie zum Beispiel gut Micro, also die Einheiten gut kontrolliert. In Stellung bringt, in Formation und alles. Das geht ja. Man kann das programmieren. Ist halt viel Aufwand und sicher nicht einfach. Aber es wäre machbar. Ich meine, ich habe das... Wenn ihr mal das sehen wollt, da gibt's bei... Auf YouTube hat das jemand programmiert mit dem Editor von Blizzard bei StarCraft 2. Eine KI. Und die macht dann... Die benutzt ihre Einheiten echt auf einem Niveau, das kann ein Mensch gar nicht. Weil es einfach zu viele Aktionen auf einmal erfordern würde. Die macht dann zum Beispiel, wenn du da jetzt diesen Panzer hast im Belagerungsmodus und der macht ja dann Flächenschaden und dann rennen da die Zerklinge rein. Normalerweise sterben dann mehr als ein Zerkling, weil Flächenschaden. Ist klar. Und was die KI dann macht ist, kurz bevor der Schuss vom Panzer trifft, splitten alle Zerklinge um den Einzerkling, der getroffen wird, weg, sodass nur der eine stirbt. Und sowas dann zum Beispiel, das könnte ein Mensch gar nicht. Der wüsste gar nicht, welcher Zerkling jetzt angegriffen wird. Ist klar. Also, ne, bei dem ganzen Hin und Her und dahinter noch Makro und alles. Aber eine KI könnte das. Die hat ja keine Finger, die hat keine Militation. Die kann ja alles zeitgleich machen. Die hat halt dann 1000 Anschläge pro Minute. Oder 2000. Aber ist ja egal. Ist ja KI, darf das ja. Das finde ich halt mal stark. Zu probieren, so eine KI zu programmieren. Und wenn du sie dann hast, schauen kannst du, wie lange, wie kannst du gegen die bestehen. Oder kannst du sie vielleicht tatsächlich durch strategisches Denken überlisten und dann besiegen. Das wäre, das, ich fände das saumäßig spannend. Kann man ne KI dann so besiegen? Oder auch ne KI, die lernfähig ist. Die dann sagt, okay, sie merkt, du spielst immer sehr aggressiv, dann spielt sie ein bisschen defensiver. Da bereitet sich mehr Verteidiger. Jetzt nicht so, dass eine KI weiß, wo deine Einheiten stehen mit diesem Map-Hack. Dass sie weiß, okay, du bist da in der Location. Du baust gerade dieses Gebäude. Du baust gerade diese Einheit. Deswegen geht sie jetzt schon Anti. Das wird Cheating. Das muss nicht sein. Aber halt einfach, okay, sie sieht, sie scoutet. Du baust diese Einheiten. Also wird sie jetzt Anti gehen. Und dann auch nicht, dass die KI jetzt weiß, du gehst Anti und dann wirft sie einen Scan. Einfach damit es so aussieht, als würdest du scouten. Nein, sondern wirklich, dass sie es halt nicht weiß. Sie hat jetzt nicht ein Map-Hack und sieht die ganze Map. Weil mit einem Map-Hack, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit einem Map-Hack spielen würde. Dann würde ich quasi die ganze Karte ohne Nebel sehen. Ich wüsste sofort, was der Gegner macht, wo er ist, was er baut, was er erforscht. Das wäre ein Map-Hack. So etwas hätte ich nicht wollen bei einer KI. Das braucht es einfach nicht. Wenn man sich da richtig Mühe gibt, denke ich, dass man eine KI schaffen kann, die kein Mensch besiegen kann. Vielleicht sogar auch ohne dieses Super-Mikro, wo ich gerade vorhin erklärt habe mit den Zergling. Was schon ziemlich fast an Cheating rankommt. Aber, naja. Muss ich jetzt wirklich mit einer Truppe zurück hier, oder? Ja, aber dann doch nicht alle. Oder? Dann doch nicht alle. Es reicht doch, wenn einer... Vergisst's. Ist egal. Ist wurscht. Sammelt's euch hier. Schön in Formation gehen. Das regt mich schon wieder auf hier, dass die Truppen immer so sich auseinander teilen und dann so einen Schwachsinn machen. Das wollen wir nicht. Ich brauche hier eine feste Formation. Und dann, sobald ihr in Formation seid... Wie fahren die Katapulten? Oh, mein Gott. Oh, yeah. Physics, man. Physics. Oh, yeah. Und ineinander durch. Oh, nein. Graben. Ach, du heilige. Ja, dann rennst du da hoch und killst die Graben. Wie viel Schaden macht der denn an der Miene? Oh. Schon einiges, ne? Bums. Die nicht gut schaden, die Miene, die arme Miene. So, das Gast auch... Wo ist er denn jetzt? Irgendwo da unten, denke ich. Aber ich weiß es halt nicht. Mit Sicherheit ist das Problem. Naja, dann zerstören wir halt noch ein Grab und Holt. Hort. Oder wie heißt denn das? Grab und Höhle. Gruft. Gruft. Eine Gruft ist das. Die irgendwie nach oben führt statt nach unten. Ah, ja. Alles klar. Also die Treppen gehen auch nach oben, oder? Sehe ich das falsch? What? Ich glaube, das ist nicht wirklich korrekt. Der Grab und Höhle macht die Miene noch probiert. Ich kreuz. So. Dann. Schön darunter hingehen, bauen. Wärtige Brüder. Ich glaube, die Frauen bei den Zwergen haben auch Bärte. Tja, das sind Zwerge. Kann man nicht unterscheiden. Wo ist denn der Gegner jetzt wirklich? Ich frage mich das. Die Menschen verstecken sich. Na dann. Wenn er nah ist. Die Eowin. Oh, wie knuffig. Süß. Was wählen die jetzt hier? Boah, ja. Die kassieren. Oh ja. Das ist eine super Idee, ohne Feuerpfeile auf Katapulte zu schießen. Gigantisch. Ihr seid so gut. Oh, 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 oh. Das ist ernst. Das ist ernst. Baumeister darf ich nicht verlieren. Nein, 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 nein. Die Eowin, die schafft das auch nicht. Sie müsste ja nur jede Axt mit dem Schild blocken, aber darauf auf die Idee kommt sie nicht. Die Äxte treffen sie ja nicht mal. Die schießen ja volle Kanne vorbei. Nein, aber ist ja egal. Und schon wieder schießen sie auf das Gebäude statt auf die. Nice. Also mir ist es neu, dass das so mit der Umgebung interagiert wird, aber es gefällt mir. Es gefällt mir sehr gut. So, wo sind sie denn jetzt? Irgendwo müssen sie sein, oder? Kassiert haben sie. Aber hallo. Genau wie die schon wieder. Ah, da hat ein Einstein getroffen. Guckt euch das an. Ich meine, die Gebäude sind unverwundet. Die gehen nicht kaputt. Nö, nö. Spring einfach mal drauf. Dass sie da Gimlis Stimme beim Sprung genommen haben, finde ich auch irgendwo durch. Da haben sie sich nicht viel Mühe gegeben da nochmal. Mit der Stimme. Das war definitiv Gimlis Stimme. Man sieht halt nichts. Der ganze Staub hier im Weg. Oh, das ist ernst. Kann man gerade der Pult eigentlich heilen? Tatsache, das geht geil. So, wir haben hier Lagerneckner endlich. Zeitwurz. Zeitwurde es. Mach du mal hier so... Hier Artilleriefeuer. Und du machst hier mal Fundament erschüttern. Und ihr greift es da an. Und dann kannst du hier noch so ein Erschütterungsteil machen. Äh, ja. Das war jetzt natürlich dämlich. Da das Artilleriefeuer hinzumachen. Und die Heilung rauszuhauen. So, springen, ne? Ja, war doch ganz gut der Treffer. Ja, das merkt man. So, wie schaut's jetzt hier aus? Die haben überlebt. Sehr schön, brav, gut, danke. So, Menschen aus Tal. Schatzboni. Türmsche. Hobbits. Reparatur. Einfach alles raushauen, was geht. Und noch ein bisschen Kriegshorn. Ja, ja, das wirst du schon hinkriegen. Hammers? Müssten wir doch jetzt gewonnen haben, oder? Na, da hinten haben sie noch ne Kaserne. Der hat echt viel Stuff aufgebaut. Unglaublich. Zwei Kasernen, ne Stallung. Dann noch irgendwas Zeugs. Da ist es aber tot, oder? Na, also. Na, also. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Truppen verloren. Gleich mal nachschauen. Zeig mal her. Zwei Katapulte, zwei Menschen, zwei, vier. Okay, passt. Passt. So, schön speichern. Schön speichern.